Hallo, mein Name ist Patricia Baldauf, ich bin leidenschaftliche Logopädin und Instruktorin der Car Tapping Academy aus Dortmund und ich gebe die Fortbildungen Car Tapping Logopädie. In diesem Video möchte ich mich kurz vorstellen. Ich habe studiert an der Fachhochschule in Wiener Neustadt, bin nach meiner Ausbildung wieder zurück in mein Heimatland nach Kärnten gekehrt und arbeite jetzt im Mini-Ambulatorium in einem Entwicklungsdiagnostischen Zentrum für Kinder und Jugendliche in Wolfsberg. Sowie bin ich angestellt in der freiberuflichen Praxis Salzmann. Durch mein buntes Patientenklientel habe ich die Möglichkeit, in vielen verschiedenen Fachbereichen die Car Tapping-Methode einzusetzen und diese auch in der Fortbildung näher zu bringen. So wird bei mir alles getaped, angefangen von oberfazialen Dysfunktionen, Dysphagie, Dysphonie, sämtliche Schmerzzustände und sogar auch bei phonologischen Störungen. Und jetzt fragt man sich natürlich, was kann die Phonologie mit dem Tapen zu tun haben? Wie genau ich das einsetze und wie es mich in der Therapie unterstützt, erzähle ich euch in meiner Fortbildung und natürlich vieles mehr. Ich freue mich auf euch! Ich freue mich auf euch!